Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier So, jetzt die Stimme wieder anhören Um den tollen Satz rauszuhauen Herzlich Willkommen an alle Chikos und Chikos da draußen Der Skyline ist am Start Genau so wie eine kleine Runde Let's Play Sniper Ghost Warrior 2 Und wir drücken auch ohne weitere Umschweife sofort Start Zum Fall von Start auszudrücken habe ich Also Spieler Fortsetzen Warum ihr euch immer fragt, warum ich immer die Sätze mit spreche Damit ich einfach weiß Da muss ich jetzt zusammenschneiden Also nur, damit ihr Bescheid wisst Wisst ihr Bescheid, ne? Äh, Tillett, 6-0-Julett Irgendwas, krank Juni, von, du hast den Mann gehört Kannst du seine Story bestätigen? Bestanden, Racer Die Satellitendaten zeigen, dass er nicht gelogen hat Sie müssen durch das Höhlen-System Wir bereiten eine Willkommensfeier für Hassan und mehr genug vor Beheilen Sie sich, damit Sie nicht zu spät kommen Jawohl, Scherad Dieses Ereignis will ich nicht verpassen Wir haben null Informationen Wie viele Feinde sich in den Höhlen finden Oder welche Warten die meisten haben Sie müssen auch nicht Uniform, wir haben statische Störungen Ist sicherlich die Felsdichte Wir werden von oben Bericht erstatten 3-2-out Dann werden wir sofort starten hier Ich will nicht sagen, ich hab's dir gesagt Aber ich hab's dir gesagt Ja, schreien noch lauter Warum schreien die das? Ja gut, aber... Jetzt muss ich sagen, dass du über die Brücke gehst Ein Alarm hier und wir sind so gut wie tot Jetzt muss ich sagen, dass es sinnvoll ist Ich halt gehe Weil ich hab jetzt kein... Ja, kein... Was soll ich jetzt machen? Ah, okay, danke Ah, ich bin bitte Was, Entschuldigung Lass die Tür vorbei Warum rennen die denn jetzt? Sauber, warte bis der Schreinwerfer vorbei ist Wieso muss ich jetzt da hinten hin? Bewegung. Was? Gut, ich weiß nicht, wohin? Ich bin durch. Gut, ein Feind auf deinem Weg. Schnell und sauber. Okay. Der Arsch hat einen Dornisier. Lass mich lieber. Du kannst sie umgehen. Ich glaube, ich habe genug Schaden angerichtet. Hörige Rolle. Nein, Ergonomie. Und der Arsch hat einen Nächsten, Markus Schein. Scheiß, Alter. Wie stunden hier? Ah, wir schleichen uns mal lieber am besten hier so nach vorne. Ja, jetzt ziehen wir den Stock aus dem Arsch. Ich sehe hier eine Patrouille, die auf dich zukommt. Verdammt, kein Platz zum Verstecken. Ins Wasser, los! Was für ein Wasser? Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt hier richtig mache, Leute. Wie ist das Wasser? Verdammt, kalt. Willst du es ausprobieren? Nein, danke. Geh auf den Steg. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Später voraus, schau, was du findest. Du wurdest entdeckt. Ich wiederhole, Col, sie kommen auf dich zu. Fick you. Ah, wirklich nicht. Scheiße. Fackelt. Ja, ja, wir machen es nochmal. Lieb ja bis jetzt ganz gut. Ah, schön, ich bin wenigstens hier. Später voraus, schau, was du findest. So, jetzt haben wir ihn. Aber wir haben doch keinen Sinn, das ist mal geschossen. Also ich habe jetzt zweimal geschossen, das haben wir bemerkt. Ich werde mir mal neue Leute suchen. Du musst noch mehr Feinden ausweichen. Ich meine, ich kann hier ziemlich gut abbauen bei jedem. Ich habe jetzt viele für Halt. Abwarten und Tee trinken. Schon wieder da. Da habe ich ja haufenweise Berührungstee entus. Hm? Wo muss ich denn bitte schön hin? Wenn du hinter dem Wachbosten bist, dann zieh die Leichen, bis es aus dem Blick fällt. Esma, wenn du den Fug mit Mohamed Harasa auf der Jester 2. Oh, das war jetzt nicht gerade ruhig. Achtung, der Suchscheinwerfer kann nicht hier erwischen. Wo ist das scheiß Teil? Ich habe keine Ahnung, wo der Suchscheinwerfer ist. Da oben scheint er, okay. Können wir da durchsprinten? Ich weiß nicht, dass es noch ein Gegner gibt. Alter, ich will doch nur die Sniper holen. Ey, 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 ey. Endlich. Ich sehe mein Gewehr. Ich hoffe, es ist unbeschädigt. Denn du musst dich um das Licht kümmern. Bewegung! Los! Es hat ein paar Kratzer im Lauf. Aber Abzug und der Rest sind okay aus. Gut, schalt den Scheinwerfer und alles im Umfeld aus. So, wo ist der scheiß Scheinwerfer? Da ist der Scheinwerfer. Bin ich gut oder bin ich gut? Da ist der Scheinwerfer.